Ganz liebe Grüße von eurem Traumpaar, also von Eleni und Leander. Von uns aber auch. Ja, und wir verlosen hier diesen Sack... Jutebeutel, nennt man das. Da ist eine Unterschrift drauf von den beiden und wir geben da noch einen Zuschlag. Wenn ihr das wollt, dann unterschreiben wir da auch noch drauf. Ja, und es gibt aber auch noch was und zwar diesen Kühlschrank-Magneten von Sturm der Liebe. Der ist auch wirklich original mit QR-Grotik drauf. Ja, genau. Und das bekommt ihr aber nur, wenn ihr uns eine eurer Lieblingsmomente oder den Lieblingsmoment des letzten Jahres bei Sturm der Liebe beschreibt. Also von uns den Lieblingsmoment. Oder habt ihr etwa auch andere Lieblingsmomente bei Sturm der Liebe? Also zum Beispiel der mit dem Lolli wär gut oder so, ne? Hast du noch einen anderen Vorschlag? Den ist wirklich gut. Macht alle mit!